starten. Aussehen ist nix. Hallo, willkommen zurück. Heute mit einem Gast, einem Ehrengast, die liebe Anne. Und wir spielen zusammen Man of Medan. So, jetzt müssen wir uns gleich nur entscheiden. Hörst du was? Leise. Spiel nicht alleine. Wir müssen uns gleich jetzt nur überlegen, wie wir es machen. Wie Anfänger. Sie will nicht groß sein. Nein, ich möchte klein sein. Danke. Gemeinsame Story Filmabend. Gemeinsame Story. Spiele die Story online mit einem Freund. Gib den Dualshock weiter. Eigentlich hat das, wir sind ja nicht online. Ja. So. Gibt uns bitte Bescheid, wenn der Sound jetzt zu laut sein sollte vom Spiel selber. Äh, neue Story. Chinesische Maxi. Achso, da war ich schon. Okay, deswegen. Äh, ja, ja. Warten. Warten. Spieleraufstellung. Spielera 1. Hm? Ja, sie hat Anne gesagt. Warum? Toll. Direkt erst mal auf der Bestoppenlöschen Nummer von vorne. Oh, und ich sag das gerade. Weil wir gerade noch drüber geredet haben. Ja, genau. Ich hab mich selber betuppt. Ich kann das gut. Äh, Spiele 1. Achso. Soll ich Spiele 1 sein? Ja. Ist dein Kanal. Hm. Ist der Gast. Der Gast ist König. Stunden später. Ich hab hier so einen schönen kurzen Namen. So. Nein. Soll ich das jetzt einfach mal dreißerweise für dich einfach einstellen? Möchtest du da jetzt einen speziellen Namen stehen haben? Kannst du mich auch gerne. Anna oder Anne nennen, wie du möchtest. Nein, wie nimmst du bei deinem richtigen Namen? Rico, ja. Hm. Ich hab das verdient. So. Äh. Eigentlich zurück, oder? Probier mal. Nein. Weil? Achso, oder, ach nee, ach nee, wir müssen ja, weil wir ja vier, vier Charaktere haben, müssen wir uns wahrscheinlich für die entsprechende... Oh, ja, das ist jetzt verblüht. Ja, ich möchte, möchtest du die gespeicherten Daten überschreiben? Nein. Nee, wieso denn? Ich will doch einfach jetzt nur... Warte, mach nochmal los. Ah, nein, nein. Ich will es fortsetzen. Nee, wenn ich jetzt fortsetze... Dann kommt doch jetzt mein... Nee, wir sind immer noch im Filmabend, dann kann nicht mein Spiel kommen. So. Ah, jetzt darf ich das alles nochmal machen. Ja. Oh Gott. Nee, du musst erst alles löschen. Ja, den Fehler hab ich grad auch gemacht. Da steh ich doch schon. Dass sie halt das immer alles austippt, wenn ich sag Jens auch so, ich so, da steht du doch und Jens tippt das weiter. Ach mein Gott. Hä? Ich vergesse hier das mal... Warte. Mach ich hier quasi auch noch Marika, ne? Ja, kannst du machen. Oder nimm's nochmal dich und ich mach Spieler 4. Ist also Menü. Wieso? Ach so, weil wir nur im Menü rumgagern. Das sind wir 5. Das kommt mir ein bisschen komisch jetzt. Weil übrigens hast du bei Spieler 3 immer noch Spieler 3. Warum denn? Ich habe wahrscheinlich vergessen, uns auf Eingabe zu drücken. Wir sind doch nicht 6. Bin ich gerade blöd? Wieso nicht nur 2 Spieler? Ja, ich verstehe es gerade nicht ganz. Ich nämlich auch nicht. Wir sind nur 2 Spieler und jetzt müsste man eigentlich doch X drücken können, aber das geht grad nicht. Ja, an sich hätte ich das auch verstanden, dass wir jetzt quasi, dass das jetzt... Wie viele Persönlichkeiten sind das dann? 5 oder 1, 2? Nee, eigentlich nur... Oh Gott. Wir sind doch... Wir sind 1, 2, 3... Dass wir das dann quasi jedem... Eigentlich 5. ...zuteilen. Aber er nimmt es ja nicht an der Schuhe. Ja, aber ich denke mal, weil wir halt das uns gleich... Wir müssen wahrscheinlich Anna 2 oder Rika 2 machen. Soll ich mir vermuten. Ihr müsst nicht mehr angeben, denke ich. Ja, aber ich kann halt dann nur auf zurückklicken jetzt und ich bin mir nicht sicher, ob das dann... Mach... Ach so, habt ihr das... Wer hat vorhin das auch nicht gespeichert? Das stimmt. Danke. Danke. Ich bin bereit. Ja, oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, Rika. Ach so, wer ist wer? Ja, also pass auf. Da ich ja schon einmal das zumindest angezockt habe. Sie ist so die... Das ist der Käpt'n des Schiffs. Also des Schiffs, auf dem wir uns am Anfang bewegen. So. Hier. Ich bin, ne? Der Boss. Ja. Er ist so, ich lege alles flach, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Er ist, ich will meine Traumvorheiratung. Er ist, ich bin unsicher. Oder verwechsel ich das? Nee, ich verwechsel das. Er ist, ich will meine Traumvorheiratung. Er ist, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Und sie ist, ich bin das hübsche Blondchen. Und so möchte ich auch behandelt werden. Ich bin die Prinzessin. So, jetzt darfst du dich entscheiden. Jetzt darfst du erst mal für dich entscheiden. Ach so. Ja, ich nimm die, die du nicht nimmst. Nimm irgendwen. Komm, ich bin schon mal die, die ich... Natürlich, da. So. Ach so. Jetzt hat er mir einfach ausversinkt. Nee, ist egal. Mach, mach, mach X. Ich weiß es nicht. Ja, ist einfach. Ah ja, okay. Ja, wir hätten es dann trotzdem halt eingehen. Und wir mit den Namen. Chatwode. Ach, Chatwode. Ja. Können wir aufmachen. Ach so. Ja, jetzt ist es zu spät. Da war es so spät. Nein, ich kann es auch wieder löschen. Er muss ja schätze ich aber mal entscheiden. Was sagt ihr denn? Wer soll denn wen spielen? Ja. Guck, jetzt kommen die wieder nicht in die Gänge. Soll ich mal zurück machen? Dann ist das wieder auf Null. Kannst du nicht hochwischen? Ich denke mal, da kannst du es wieder einstellen. Ich habe jetzt Doof, um die Charaktere zuzuteilen. Ja. Ja. Also machen wir es doch alleine. Ich denke fest. Ja, das bin ich. Aber wieso habe ich denn jetzt zwei? Frage ich mich dann. Siehst du das? Ich habe die ja nur ausgewählt, die Frau. Ich weiß es nicht. Ich finde das komisch. Ja, mach. Such einfach. Gut, okay. Dann machen wir es. Conrad ist Spieler drei. Das ist Spieler vier. Was sind auch zwei? Ich hoffe. Ach so. Ich weiß es jetzt. Wer ist jetzt wo? Zeig doch mal. Warte. Du bist die beiden. Ah, ja. Und ich bin die beiden. Warum ich auch immer der Erste bin. Jetzt haben wir halt drei und vier. Es ist quasi, wenn wir jetzt wahrscheinlich zu viert spielen würden, denke ich mal. Müssen wir uns überlegen, dass wir quasi... Oder wir machen es weg. Warte mal, ich kann auch entfernen drücken. Ja, aber wir müssen ja trotzdem alle steuern. Wieso kann ich den jetzt zuweisen, X? Wieso kann ich den denn nicht? Müssen wir quasi jetzt nur überlegen, wer jetzt quasi von uns Spieler drei und Spieler vier ist. Das können wir ja spontan dann einfach anscheinend. Irgendwer kriegt dann gerade... Wenn du gerade den hast, dann machst du drei und dann... Mach ich das mal einfach, wie es passt. Genau. Okay. So. Gott, war das verfahren. Das ist aber auch schon wieder so ein Menü. Das ist ja nichts für mich. Ich habe halt gedacht, dass unten irgendwo bereichst du mir quasi alles fertig ausgemacht hast. Genau, dass man dann irgendwie X druckt und dann okay und... Dann ist gut. Und da kam irgendwie jetzt nichts. Es geht ja richtig ab im Chat mit den E-Motes. Ja. Total. Ja, ich weiß. Oh. Ist er zu laut? Ich wollte gerade fragen, ist das für dich zu laut? Wie ist das bei euch? Hältet ihr euch, wenn es zu laut ist? Ja, ich kann es bei mir umstellen. Du musst es ein bisschen leiser. Ja. Eigentlich für die Stimmung ist die Lampe da oben jetzt dumm. Wir müssen das im Stockdunkel spielen. Ja. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey. Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Äh... Also ich will wissen, was aus meinem Sohn... Jetzt mal drückst du den Falschen. Wird, äh... Wird das ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Ich glaube, ich habe letztens mal eine Frage gestellt. Äh... Bambusstein. Ich bin immer von Bambus. Ja. Halte! R2 gedrückt. Und benutze R zum Untersuchen. Tada! Ja, das sieht aus wie ein Fisch. Ich habe alles verloren. Tod? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich so ein Fisch. Die Tod und die Tod werden sicherlich durchgeführt. Tod? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Jetzt dich wohl für stark. Oh Gott. Oh. Let's do my quick time events. Oh. Ich probiere es mal. Ach ja. Ach ja. Ich muss mir ja schon mehr doof überlegen. Was ist R1, was ist R2? Ja, ich rede zu wenig. Sie kann ja mit noch nicht so viel reden. Nein. Nein! Ah. Ah. Oha, Kreis. Ah! Ah! Ah. Beim ersten Mal habe ich nicht gegriffen, scheiße, das habe ich nur mitzumachen, dass ich den halten muss, den Knopf, da habe ich den zu früh losgelassen. Ja, das habe ich letztes Mal auch gemacht. Was, was loslassen? Hier, du musst, ja genau, zum Aufheben musst du es ja gedrückt halten, deswegen der Kreis. Und ich dachte nur kurz drauf drücken, wenn der Kreis weg ist, habe ich halt zu langsam, aber das war einfach, du musst dir dann gedrückt halten. Das können wir uns nachher bei den anderen Charakteren nochmal angucken, das ist nochmal, achso, das sind die Sachen, das siehst du nicht, das habe ich freigeschaltet vorher. Ich bin die Zwei, Nachtraum Nummer Zwei. Ich rede überhaupt nicht durch, ich habe schon langfristig zwei Minuten die Klappe gehalten, weißt du? Ja, das kommt bestimmt noch, das tut mich da ein bisschen schwer. Sie wird noch warm, das geht schon. Bestimmt. Spätestens werden wir uns gleich über die Charaktere aufregen. Ja, du rollst zu mir. Ich freut mich von alleine. Besser? Ey Mann! Hey, wo sind, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Aber ich glaube, dann hole ich ihr... Hey, zieh ab, Kumpel! Schubst mich nicht um! Wir sind doch gut in der Welt, was haben die Jungs denn? Soweit ich das beurteilen kann, hätte ich jetzt eigentlich was drücken müssen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Er kommt auf die Krankenstation! Aber ich glaube nicht. Schmeiß den anderen ins Loch und lasst ihn da! Das war ja was aber gut. Was? Wo? Nein, Gott. Was? Im Schiff? Eigentlich ja nicht. Hast du mal den Film Ghost Ship gesehen? Der ist wie alt. Ja, aber genau daran erinnert mich dieses Spiel. Die sind auch am Film. Bedrückende Soldaten. Meine Augen sind so schlecht. Weißt du schon deine Brille? Ja. Ah, dieses Piepen. So, dann dürfen wir uns jetzt bewegen. Also da, wo diese Lichter sind, da ist was drin, genau. Ich habe auch noch nicht festgestellt, dass irgendwo es ist, wo kein Licht ist. Uh, da liegt ein Schlüssel. Redet weiter etwas lauter und schaut auf die Augen. Ich gucke nicht in die Kamera, ich gucke auf dem Bildschirm. Ja, ich muss ja auch was tun gerade. Ach so, auf der Zeit. Was ist mit der Zeit? Er sagt, du sollst ein bisschen auf die Aufnahmezeit gucken, bis du halt in einer halben Stunde... Ja, da machen wir 40 Minuten am Anfang. Wir haben ja jetzt mehr mit dem Menü verbracht als alles andere. Wie kann ich das denn jetzt einstecken? So. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe hier auch schon ein paar Bugs gefunden. Wo Sachen, wo das einfach beim ersten Mal nicht so, mit dem Untersuchen nicht so geklappt hat, wie es sollte. Ja. Aber zumindest habe ich das bei anderen Let's Plays anders gesehen. Ja. So, hier kann ich anscheinend nichts machen. Ich denke, es ist nur zum Angucken. Ja. Ich konnte auch nur den Schlüssel aufheben. Alles andere ging nicht. Ich gucke jetzt mal. Und ich finde, die laufen hier auch sehr schwerfällig, ehrlich gesagt. So, da ist noch ein Foto. Das wusste ich. So. Und einmal drehen, bitte. Da. An Papa, komm bald zurück. War das eigentlich das Bild, was sie ihm eben gezeigt hat? Ja, ich glaube schon. Die haben den doch irgendwie so... Das war doch in so einem Rahmen, was sie wieder vor die Flinte gehalten haben. Ja, deswegen. Also hier ist glaube ich nichts mit. Oder? Ich glaube nicht. Ich sehe nichts blinken. So. Dann würde ich den Raum verlassen. So. Kann ich jetzt? Das ist jedes Mal... So. Jetzt haben wir es. Das magel ich da auch. Ja, sag ich ja. Das meinte ich mit schwerfällig. Das wirst du nachher merken, wenn du dem mal gehst. Ja. Irgendwie... Ja, man sieht das auch in dem... Das lief an Until Dawn halt mal flüssiger. Manche sieht man auch schwer, wo es hingeht. Mhm. Das wird nachher auch nicht besser. Das wird nachher auch nicht besser. Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört. Und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Los raus hier. Ja, genau. Geh vor ins Unglück. Ach, schade. Er wartet auch nicht. Ja, 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 ja. Oh, ja. Fuck is das. Das war's für heute. Ja, das ging doch. Das ist völlig in Ordnung. Was zur Hölle? Ja, machen wir. Was schreibt ihr jetzt? Er will, dass ich ihm Bescheid sage, wenn wir die Pause machen. Das mache ich auch gleich. Wir sind auch gut in der Zeit. Was war das? Erik will pausen. Ja, jetzt doch nicht. Es wird gerade spannend. Manchmal. Da, links doch. Okay. Da können wir also nichts tun. Ach so, Moment. Ich hätte doch was. Konnte ich nicht. Es ist hier, wo los sind unten, wir haben nur diese eine etwas blendende Lampe hier über der Wildschirm, wo ich jetzt noch so einen weißen Kreis von den Augen habe, wenn ich da reingucke. Es ist eigentlich dunkel bei denen im Zimmer. Ja, theoretisch ist es dunkel. Aber wenn wir die Lampe ausmachen, das muss, glaube ich, nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Problem. Hey, Charlie, hilf mal! Ja, ich habe zu wenig, ich habe gar nicht lang genug draufgehalten. Ich lasse mal zu früh los. Also, wenn das kommt, draufgedrückt halten lassen. Halten? Ja, halten. Also drücken und dann halten. Quasi. Ja. Warum will er denn nicht? Ach so, ich mache es wahrscheinlich wieder mal zu spät. Ach, mehrmals drücken. Ja, danke. Scheiße. Mach du mal was. Ja, du sagst es. Ich bin noch ein bisschen erschrocken. Totaler Scheiße. Bei dem? Ja. Witzig, ich habe mich voll bei dem Scheißschrei erschrocken. Von solchen Jumpscares kommen aber mehrere. Weiß ich. Da habe ich auch schon zwei, drei gehabt, wo ich mal so kurz... So, warte kurz. Dann mache ich jetzt eben Pause. Damit der Herr zufrieden ist. So, ich mache kurz Pause. Wir sind gleich wieder da.